Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt gehen. So schnell? Ich würde Ihnen womöglich sonst noch, weiß Gott was, kommen Ihnen hierhin helfen. Kennen Sie Harry? Nein. Es kam ja einen Augenblick so vor. Harry war auch stets so ungeduldig. Dann hatte er recht. Es gibt nur eine Sicherheit im Leben. Immer weggehen. Immer unterwegs sein. Immer unterwegs sein. Und Ihre kleine Vase? Wollen Sie sie nicht mitnehmen? Nein, danke. Da bist du, Victorin. Komm schnell, wir brechen auf. Nein. Ich will lieber allein gehen. Zu Fuß? Auf der Landstraße mit diesen Schuhen? Ich will auch nicht eine halbe Stunde länger mit dir zusammen sein. Ich will nicht... Harry, kein Unsinn. Es ist Zeit, dass wir verschwinden. Was hast du angestellt? Nicht das Geringste. Das ärgert mich ja gerade so. Komm jetzt endlich los. Nicht so laut. Du weckst den Alten auf. Er schläft. Er sieht uns nicht. Na gut. Ich gehe mit. Aber nur unter der Bedingung, dass ich beim ersten Autobus, dem wir begegnen, aussteige. Das wird sich zeigen. Er schläft. Wir sind nicht mehr. Vielen Dank.